Ein Mercedes-Benz B180 ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 5000 km. Die Erstanmeldung bei Ende 2013. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Bluetooth, Tempomat, Start-Top-Automatik und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 122 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Benziners bei 5,8 m. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.